Bhagavad Gita, Vers 4.28 Es gibt andere, die strikte Gelübde auf sich nehmen und den Yoga der achtfachen Mystik praktizieren, weil sie durch das Opfer ihres materiellen Besitzes in strengen Busen erleuchtet worden sind. Wieder andere studieren die Veden, um im transzentralen Wissen Fortschritte zu machen. Erklärung Diese Opfer können in verschiedene Gruppen eingeteilt werden. Es gibt Menschen, die ihren Besitz in Form verschiedener Spenden opfern. In Indien eröffnen reiche Kaufleute oder Prinzen verschiedene Wohlfahrtseinrichtungen wie Dharma-Schala, Anakshetra, Atiti-Schala, Anathalaya, Vidya-Pita und so weiter. Auch in anderen Ländern gibt es viele Krankenhäuser, Altersheime und ähnliche gemeinnützige Einrichtungen, die dazu bestimmt sind, den Armen mit freiem Essen, kostenlose Erziehung und freier ärztlicher Behandlung zu helfen. All diese wohltätigen Aktivitäten werden Dravyamaya-Yagya genannt. Es gibt andere, die freiwillig verschiedene Arten von Busen wie Chandrayana und Chaturmasya auf sich nehmen, um auf eine höhere Stufe des Lebens zu gelangen oder zu höheren Planeten im Universum erhoben zu werden. Diese Vorgänge enthalten strenge Gelübde, unter denen man sein Leben nach ganz bestimmten, festgelegten Regeln führt. Wenn sich ein Mensch zum Beispiel das Chaturmasya-Gelübde auferlegt, rassiert er sich vier Monate lang nicht, Juli bis Oktober, isst nur einmal am Tag bestimmte Speisen und verlässt das Haus nicht. Dieses Opfer der Annehmlichkeiten des Lebens wird Tapumaya-Yagya genannt. Wieder andere beschäftigen sich in verschiedenen Arten mystischen Yogas wie dem Patanjali-System, um mit der Existenz des Absoluten zu verschmelzen, oder Hatha-Yoga oder Astanga-Yoga, um bestimmte Vollkommenheiten zu erlangen. Andere reisen zu allen heiligen Pilgerorten. All diese Praktiken werden Yoga-Yagya genannt, Opfer, um eine bestimmte Art von Vollkommenheit in der materien Welt zu erreichen. Und es gibt wieder andere, die sich dem Studium der verschiedenen vedischen Schriften widmen, besonders den Upanishaden und den Vedanta Sutras oder der Sankya-Philosophie. All dies wird Svat-Yaya-Yagya genannt, Opfer, die durch das Studierende-Veden dargebracht werden. All diese Yogis beschäftigen sich mit Vertrauen in verschiedenen Arten von Opfern und streben nach einer höheren Stufe des Lebens. Krishna-Bewusstsein jedoch unterscheidet sich von all diesen Opfern, denn es bedeutet, dem Höchsten direkt zu dienen. Krishna-Bewusstsein kann man nicht durch eines der oben erwähnten Opfer erlangen, sondern allein durch die Barmherzigkeit des Herrn und seines reinen Geweihten. Daher ist Krishna-Bewusstsein transzendental.